Malzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Geralt von Riva Aufgaben. Dieses Mal füge Gegnern Schaden mit Nahkampfwaffen zu. Ja, da können wir wahrscheinlich auch die Pickaxe nehmen, was ich aber nicht empfehlen würde. Am besten wäre wirklich der Hammer. Mit dem Hammer können wir halt wie gesagt 75 Schaden machen. Wenn wir in einem direkten Treffer landen, 125 Schaden machen. Schleudern den Gegnern dabei weg, können direkt hinterherjumpen mit dem Sprung des Hammers und gleich wieder drauf gehen. Sollte kein Problem sein, wenn der Gegner voll ist, sind es halt zwei Gegner. Aber man kann es natürlich auch auf drei, vier, fünf, sechs Gegner verteilen. Und das ist auch schon alles. Einfach den Hammer besorgen, auf die Gegner einprügeln und das Schwert als Abbauwerkzeug verdienen. Natürlich habe ich noch einen kleinen Clip für euch. Und da haben wir es gesehen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.